Lösch und Daumen Ihr habt's gehört? Auf geht's! Ich habe mich am ersten gegnerischen Wachposten von Delta 3 getrennt. Wurde noch nicht entdeckt. Ich rücke zu Overview 724. Wir haben es durch Wachposten 2 geschafft. Sieht so aus. Okay, hier. Das sieht schon aus wie so eine Mine. Ich denke mal, wir sind hier richtig. Also ich finde es ultra spannend, aber auch ganz schön spierig. Oh. Da sind ein paar Typen am Lachen. Wie viel sind das? Das sollte so bleiben, aber da musste man schon Bescheid sagen, wen ich hier in den Schlaf singen darf und wen nicht. Wo komme ich denn jetzt? Ist da schon wieder einer? Nee, 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 nee. Oh, das ist ja ein Labyrinth. Da muss man in jeder Ecke aufpassen, bis da nicht jemand ist. Wir schleichen uns hier weiter. Hier weiter. Ah, meine Maus, ich bin ganz aufgeregt. Ah, da sind wir da. Gegner. Wie viele? Oh, da sind die über mir. Die sind über mir, oder? Wo seid denn ihr? Ich würde sagen, ihr seid über mir. Aha. Hier geht es noch nicht weiter. Sind das Treppen? Ja, das sind Treppen. So, jetzt heißt es Vorsicht. Vorsicht, schön um die Ecke gucken. Oh, man müsste mich ja sehen vor dem Monitor. Nein, das könnt ihr ja gerne machen. Und ich gehe jetzt hier lang. Richtig? Also ein GPS wäre echt nicht schlecht. Ja. Boah, Mann. Zwei Stinker, ey. Ich habe es mir jetzt aber wirklich nicht leicht gemacht. Wieso schwebt die Waffe hier? Ne, die ersetzen hier keinen... Was habe ich denn eigentlich noch? Messer? Also kein Seil. Das heißt, ich brauche kein Seil. Hm. Eigentlich müssten wir jetzt da lang. Oder bin ich von dort gekommen gerade? Ne, ich glaube nicht. Oh, da geht einer. Ne, den können wir mit der Pistole machen. Ja, keiner hat es gemerkt. Okay. Schön unten bleiben. Ich bin ein... Warte auf grünes Licht für die Neutralisierung der Wachpost. Mother 2. Hier Delta 3. Wir haben ein Problem. Laster ist in einer verschlossenen Lager. Wir sind noch drin. Wenn wir das Tor von dieser Öffnung, wird uns der Lärm verraten. Wir brauchen Unterstützung. Wiederhole. Brauchen Unterstützung. Over. Bestätigt, Delta 3. Razer 6 4, Sie müssen das Lager infiltrieren. Der Standort von Delta 3 wird auf Ihrem GPS markiert. Schlagen Sie sich zu der Lagerhalle durch und öffnen Sie das Tor. Bestätigen Sie. Bestätigt, Mother 2. Ich mache mich auf den Weg. Probieren wir es mal. Ach du Scheiße. Nee. Das war Blödsinn. Ach, das ist doch Quatsch. So geht's nicht. Wir probieren es mal mit Schleichen. Gucken wir, wie viele das sind. Gehen direkter am Zaun. Bestätigt, Delta 3. Razer 6-4, Sie müssen das Lager infiltrieren. Der Standort von Delta 3 wird auf Ihrem GPS markiert. Schlagen Sie sich zu der Lagerhalle durch und öffnen Sie das Tor. Bestätigen Sie. Bestätigt, Mother 2. Ich mache mich auf den Weg. Aber soeben das Haupttor passiert. Gute Arbeit. Nur weiter so. Ach. Es steht genau einer vor mir. Können Sie stehen? Der ist zu zweit. Shit. Hm. Einer da oben. Das verstehe ich das aber nicht so ganz. Wie soll ich denn da lang... Wie soll ich denn das schaffen? So scheint das ja zu klappen. Okay, okay, okay. Schön vorsichtig. Lager infiltrieren. Das klingt immer... Scheiße. Und scheiße gefährlich. Hier lang. Überblick. Nach 240. Kommen Sie nur an, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ja, das ist mir schon klar, dass ich hier mich nicht um jeden Einzelnen kümmern kann. Nur... Wenn ich mal... Okay. Einer. Und der ist doch nicht alleine. Ach, Mann. Zu wie viel Zeit ihr? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh, zu viert. Ihr habt dann euch das vorgestellt. Wie soll ich denn das machen? Oh Gott, das kommt ja auch noch her. Für hinten lang. Ist natürlich eine gute Alternative. Das probieren wir jetzt aus. Ja, das scheint zu funktionieren. Aha, hier kommt man durch. Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Aha, okay. So, wie jetzt... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie jetzt weiter? Im Prinzip... Hier hinten lang. Und jetzt... Tja. Und jetzt... Noch ein Sprung. Noch 123 Meter. Sehe ich denn jemanden hier? Das sieht nicht so aus. Oh, schnell, 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 schnell. Kurz warten. Ist da oben auf dem Turm einer? Ne, da ist keiner. Das ist gut, das ist gut. Oh, da unten war einer. Die Frage ist, ist er alleine? Sieht so aus. Das ist... Ach, bitteschön. Oh, der hat gleich noch Mund jetzt schon fallen lassen. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, das war richtig gut jetzt, der Schuss. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, einer ist auf jeden Fall da. Ah, das ist blöd. Was macht man denn? Was sind das für Geräusche? Was macht man denn jetzt? Sie sind zu zweit. Sie sind zu zweit. Okay. Oh. Ha, 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 ha. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Boah. Shit. Was soll ich jetzt, was soll ich jetzt machen? Nein. Das ist mir wie immer eine...